Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns den Brave Browser an und wieso sie Geld brauchen. Wir schauen uns in Russland um und wieso der Premierminister in Russland sagt, Kryptos sind nicht mehr so wichtig. Und dann schauen wir uns noch an, was mit dem Stellar Netzwerk passiert ist, das für zwei Stunden nicht funktioniert hat. Spielen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es um den Brave Browser, den ich ja selber auch benutze auf Desktop und Mobile. Die hatten 2017 ca. 35 Millionen US-Dollar in einer Art ICO eigentlich bekommen und jetzt wollen sie mehr Geld. Es sieht so aus, als müssten sie etwa noch 30 Millionen US-Dollar in einem sogenannten Series A, in einer Funding Round eigentlich bekommen. Eine Series A Funding Round ist eigentlich, nachdem man als Startup oder als Projekt die erste Finanzierungsrunde eigentlich im Bereich 100.000 bis 700.000 Franken Euro US-Dollar erhalten hat, jetzt mehr Wachstum will, dann kriegt man eine sogenannte Series A, also die erste große Finanzierungsrunde und da will man jetzt im Sinne von Brave eben die 30 Millionen benutzen. Die Frage ist natürlich, wohin gehen die 30 Millionen, wieso braucht Brave so viel und ich kann euch sagen, der Werbemarkt, den Brave ja versucht zu tacklen, ist natürlich nicht so einfach. Das wird ein bisschen dauern und da brauchen sie entsprechend Gelder, um entsprechend das Wachstum zu fördern. Die 30 bzw. plus die 35 Millionen von 2017 würden dann eben die 65 Millionen ergeben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der Zwischenzeit vielleicht schon 5 bis 10 verbraucht wurden. Das gibt aber trotzdem eine gute Kasse eigentlich, um das kommende Wachstum zu fördern, weitere Entwickler anzustellen, weitere Partnerschaften auf die Beine zu stellen etc. Als nächstes springen wir nach Russland und zwar hat der russische Premierminister gesagt, dass Kryptoregulierung keine Priorität mehr habe. Das Interesse habe für Kryptowährungen grundsätzlich eher abgenommen und deshalb sei die Regulierung jetzt gerade gar nicht mehr so wichtig. Das hat Medvedev am 16. Mai gesagt. Interessant vor allem, weil eben der Preis entsprechend jetzt gestiegen ist in den letzten drei Monaten. Ich denke, das Interesse ist wieder zurück bzw. wird zurückkommen, wird auch noch die breitere Masse erreichen. Interessant vor allem auch, weil es letztes Jahr eigentlich hieß, bis Sommer 2018 muss eine ganz klare Gesetzgebung eigentlich vorhanden sein und dort also eine Art Krypto-Gesetz vorhanden sein, in welchem eben genau solche Sachen reguliert und diskutiert werden. Das Ganze hat sich dann verschoben und es wurde mittlerweile auf Sommer 2019 nochmal gewünscht. Also Juli 2019 soll ein sogenanntes Krypto-Gesetz in Russland vorliegen. Was das genau beinhalten wird, werden wir dann genauer sehen. Letztes Jahr, wie gesagt, gab es bereits einen Gesetzesentwurf. Der wurde dann zurückgeschickt, weil das ganze Crypto-Mining, also das ganze Schürfen der Währung nicht drin war. Ich denke, mit dem steigenden Interesse an Kryptowährungen wird die Gesetzgebung bzw. diese Regulierung entsprechend zurückkommen. Nicht nur für Russland, sondern für die anderen Länder auch. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass man eine Umgebung schafft, in welchen Kryptowährungen gehandelt werden können, gehalten werden können, aber auch entwickelt werden können. Das heißt, dass man auch die Entwicklungsseite fördert, sei es durch Steuervorteile oder anders. Von daher bin ich gespannt, was Russland da genau machen wird. Letzte News-Story, aber eine sehr wichtige News-Story. Ich glaube, das war gestern, genau am Mittwoch, nein vorgestern also, war das Stellar-Netzwerk für zwei Stunden nicht erreichbar. Es hat einen Ausfall gegeben und man sagt jetzt auf der einen Seite, den Ausfall habe niemand bemerkt. Auf der anderen Seite waren natürlich die Stellar-Entwickler da mit dabei und haben das Ganze miterlebt und sagen, Der Grund dafür ist, weil wir uns zu schnell dezentralisiert haben. Wenn wir hier ein bisschen in die Details schauen, dann steht hier eigentlich, dass wenn zwei Nodes, also Netzwerkknoten gleichzeitig eigentlich einen Ausfall haben, dann würde das ganze Netzwerk die Transaktion stoppen. Und Stellar sagt, das ist eigentlich genau so, wie wir es geplant haben. Wir haben in den letzten Monaten die sogenannten SDF-Knotenpunkte rausgenommen. SDF ist die Stellar Development Foundation und man will natürlich diese Development Foundation da rausnehmen. Ziel davon ist es eben, dass das Ganze weiter dezentralisiert wird. Und wenn man natürlich nur SDF-Knotenpunkte hat, dann bedeutet das, dass die Foundation eigentlich, also die Stiftung, das Netzwerk validiert, beziehungsweise die Netzwerktransaktion validiert. Und dadurch, dass man jetzt das Netzwerk schneller dezentralisiert hat und mehr von diesen SDF-Knoten eigentlich rausgenommen hat, hat es eben zu diesem Ausfall geführt. Der Gründer, Jed McCaleb und auch der CTO, Nicholas Berry, sagen, beide ist uns bewusst, ist nicht gut, aber das System hat so funktioniert, wie es funktioniert, wie es eigentlich geplant war. Es wird aber auch adressiert, dass es gewisse Risiken jetzt gäbe. Man kennt diese Risiken nun und könne entsprechend handeln. Gleiche Kommentare auch vom Ripple-CTO David Schwarz. Er hat gesagt, es gibt einen Artikel vom CTO von Stellar und dort wird eben genau erklärt, was passiert ist. Und David Schwarz sagt auch, auch wenn es mich schmerzt, muss ich sagen, dass dieser Artikel von Stellar entsprechend ein wichtiger und guter Artikel ist. Das heißt, der Grund, wieso es ihn schmerzt, ist ganz einfach, zwischen Stellar und Ripple herrscht eine Art kleiner Konkurrenz, weil eben Jed McCaleb auch der Gründer von Ripple war und dann eigentlich weitergegangen ist und Stellar gegründet hat. Er sagt jetzt halt, dass der Artikel sehr wichtig ist und richtig vor allem, hauptsächlich, weil eben das gleiche Problem bei XRPL, also dem XRP-Ledger, passieren könnte. Das gleiche System würde sich eigentlich ganz genau verhalten wie bei Ripple. Das heißt, bei Proof of Work, was der normale Bestätigungs- und Verifizierungsalgorithmus von Bitcoin ist, würde man selbst in einer unsicheren Umgebung weitermachen, obwohl man eben nicht genau das Risiko kenne. Bei Stellar und XRP-Ledger würde der Vorwärtsmarsch eben entsprechend stoppen, weil man zwei oder mehrere Knotenpunkte eben nicht erreichen kann und das, sagen sie, von ihrer Perspektive macht das ganze System um einiges sicherer. Von daher, es ist wichtig, dass man das Ganze adressiert und vor allem, dass man mit diesem Problem auch umgeht. Und das zeigt uns wieder, dass Kryptowährungen allgemein, diese Blockchain-Geschichten, die sind einfach noch sehr, sehr, sehr in einem frühen Stadium. Ja, es ist die Zukunft, ja, Dezentralisierung ist das Ziel, aber es zeigt einfach, dass auf dem Weg dorthin kann es entsprechend ein Bumpy Road sein, also ein Weg mit Steinen im Weg, aber es würde grundsätzlich eben auch bedeuten, dass wir zusammen daran entwickeln müssen und dass genau solche Probleme in einem frühen Stadion entdeckt werden müssen und ohne eigentlich große Sicherheitsprobleme behoben werden müssten. Das finde ich eine gute Sache, es ist wichtig, dass man transparent damit umgeht, unabhängig davon. Es ist halt, in der Kryptobranche ist es oft so, dass man mit dem Finger auf ein Projekt zeigt und lacht und sagt, ja, die hatten einen Ausfall etc., aber das bringt uns allen nichts. Ich weiss, einige Leute sind in Stellar investiert, andere in Ripple, andere in Bitcoin, aber grundsätzlich ist die ganze Ökonomie, die ganze Kryptoökonomie muss einfach auch wachsen und an Sicherheit gewinnen, sodass wir eigentlich auch an die breite Masse kommen. Wenn wir immer nur, ich sag mal, in Nischenprodukten arbeiten, dann schaffen wir es nie auf die nächste Stufe. Das war es von mir und dem Kommentar zu Stellar und Ripple. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast und wichtig beim YouTube-Kanal auf die Benachrichtigungen klicken. Und wie seht ihr das? Was denkt ihr bezüglich der Geschichte zwischen Stellar und Ripple? Habt ihr diesen Ausfall von Stellar mitbekommen oder überhaupt nicht? Haltet ihr überhaupt Stellar und was denkt ihr über diesen Ausfall? Schreibt es in die Kommentare, dann können wir gerne weiter diskutieren. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.